Hallo, mein Name ist Irina Bia. Ich bin 18 Jahre alt. Ich spiele auf dem linken Flügel. Mein bisheriger Verein war der US Guardolo. Mein Vorbild ist Rashford. Bei FIFA nehme ich Barcelona. Meine persönlichen Ziele sind Profi zu werden und mich weiterzuentwickeln. Ziele mit der Mannschaft sind nicht abzustellen.